Musik Ich bin heute in Spalt unterwegs. Spalt hat schon eine lange kirchliche Tradition. Die Stadt geht nämlich auf ein Kapellchen zurück, St. Salvatore. Ja, heute bin ich aber in St. Nikolaus. Und da klopfe ich gleich mal an. Grüß Gott. Grüß Gott und herzlich willkommen in St. Nikolaus in Spalt. Vielen Dank. Ja, ich bin jetzt hier mit Pfarrer Josef Mederer. Herr Mederer, hier ist ja wirklich in allen Ecken was vom heiligen Nikolaus zu entdecken. Es ist eine wunderschöne Kirche. Fantastisch ausgestattet. Auch oben, Sie haben schon die Bilder aufgenommen. Mit dem Duktus, der heilige Nikolaus, der Lebensretter. Und das kann man in allen diesen Bildern immer wieder erkennen. Wir haben ja hier alle möglichen Geschichten vom Nikolaus auch dargestellt. Da gibt es sicher auch so manche kuriose Legende. Das kann ich nur bestätigen. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich hier vor meinem Start meinen Vorgänger besucht habe. Und wir haben diese Kirche hier angeschaut. Und dann zeigte mir gleich ganz hinten das letzte Bild von den Eseln. Und da sagt die Legende, dass jemand die zwei Eseln enthauptet hat. Und dann kommt der heilige Nikolaus und setzt diesen Eseln wieder die Köpfe auf. Aber ganz bewusst dem weißen Esel den braunen Kopf und dem braunen Esel den weißen Kopf. Damit jeder sieht, hier ist etwas Wunderbares passiert. Welche Bedeutung kann denn der heilige Nikolaus auch heute noch haben? Jeder Versucher, der hier in die Kirche geht, wird zunächst einmal angezogen von diesem riesengroßen zentralen Bild. Vor dem Tor zum Himmel sind die glühenden Herzen. Und es ist interessant, dass einer der Engel ein solch ein glühendes Herz raufreicht zum Heiligen. Der heilige Nikolaus greift zu einem dieser drei Kugeln, um sie gleichsam nach unten zu geben als Belohnung. Und über dieser Hand ist nochmal ein Engel dargestellt mit einer Lebenskrone. Wenn man aus dieser Liebe heraus lebt, dann hat der Nikolaus eine Zentralbotschaft für heute, für den heutigen Menschen. Sie sind ja als Pfarrer für verschiedene Kirchen zuständig. Was macht für Sie denn das Besondere hier in St. Nikolaus aus? Im Grunde genommen begleitet mich meine Vergangenheit. Der heilige Nikolaus ist hier immer dargestellt mit seinem Bischofssekretär. Und das erinnert mich als ehemaligen Sekretär von Eichstätt, vom Bischof Karl natürlich auch an diese Zeit. Und dann weiß ich natürlich auch, dass unser Kirchenhistoriker Professor Reiter, ein Hilbertsteiner, ein Landsmann von mir, und schon damals während des Studiums gesagt hat, Spalt, das ist ein ganz besonderer Ort. Ja, wie man sieht, gibt es hier also noch einiges zu entdecken und viele Geschichten vom heiligen Nikolaus. Schauen Sie doch auch mal vorbei hier in Spalt. 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 Vielen Dank.